13. Minute. Der FC Winterthur geht 1 zu 0 in Führung. Torschütz batoniert von Hackmann-Sinddruck GmbH. Nummer 11, Luca Radice. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nr. 17, Thomas Feri, Uniforme! Kannst du eigentlich auch Penalty schiessen? Ja, ich wäre eigentlich eingeschrieben gewesen zum Penalty schiessen. Ich wäre der, der geschossen hat. Aber der Rennen hat mich schon rausgenommen. Vielleicht am Mittwoch schiessen ich dann. Ich wäre derART shit. Ja, ich würde mich natürlich werden. Ich würde mich aunkayen. Auf secureden mich noch die Frise? Also. Ende еще ganz, du hast die Flüchtlingise. Verspielte mich, dass es so sehr angekommen ist Bis zum nächsten Mal.